Ein Anführer, der sich selbst nicht kennt, kann seine Untergebenen nicht führen. Wer das Schwere leicht und das Leichte schwer nimmt, ist noch nicht im Einklang mit dem Tao. Ein Weiser fordert nichts und nimmt nichts, er erreicht alles und behält alles. Ein Mensch, der das Tao versteht, kann mit dem unvermeidlichen Leben, ohne zu leiden. Ein Mensch, der es nicht versteht, leidet trotz allem Unvermeidlichen. Ein Wissender spricht nicht, ein Unwissender viele Worte. Lerne, indem du wenig sprichst. Weniger Unwissenheit bedeutet mehr Wissen. Ein Weiser ist, wer sich auf das Wesentliche beschränkt und das Unnötige vermeidet. Ein Weiser ist, wer das Vergangene bedenkt, das Gegenwärtige genießt und die Zukunft vorbereitet. Ein Weiser beurteilt nicht und verurteilt nicht, er versteht. Ein Weiser handelt, ohne zu streben, lehrt, ohne zu reden und erreicht alles, ohne zu handeln. Ein Weiser beherrscht sich selbst, ein Dummkopf wird von seinen Leidenschaften beherrscht. Der beste Anführer ist der, dessen Existenz gar nicht bemerkt wird. Nächstbester, den die Leute respektieren. Schlechtester, der gefürchtet wird. Eine Hand, die sich selbst kratzt, erreicht nicht die höchste Weisheit. Auch der längste Marsch beginnt mit dem ersten Schritt. Wer sich selbst kennt, ist weise. Wer sich selbst nicht kennt, ist ein Dummkopf. Ein Weiser spricht, weil er etwas zu sagen hat, ein Na, weil er gehört werden will. Verstehe den großen Weg als einfach und unkompliziert. Sieh in die Natur und erkenne die Wahrheit. Ein Wort, das gehört wird, aber nicht verstanden wird, ist wie Donner in den Ohren eines Taubstummen. Ein Mensch, der sich selbst überschätzt, wird von anderen unterschätzt. Ein Weiser ist ein Mensch, der seine Worte wählt, seine Gedanken beherrscht und seine Taten überlegt. Dir haben die Zitate gefallen? Dann lasse uns doch gerne einen Like da und abonniere unseren Kanal. Wir freuen uns noch viele weitere Videos für dich zu produzieren. Mal Display Malujaho Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020